Kryptos, 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 Waffenbestechung, 5 Stück, 2 Stück, 30 Bündel, Tauschstück, 2 Stück, 30 Bündel, 1000 Milliarden Kryptos, 1000 Milliarden Kryptos Was geht Leute, willkommen auf meinem Kanal zurück. Um euch zu zeigen, was wir demnächst in Black Ops 4 Neues dazu bekommen, bin ich einfach mal in das alte Spiel Black Ops 3 reingehopst, um euch zu zeigen, was genau ich meine. Bisher hatten wir in Black Ops 3 das schlechteste Schwarzmarktsystem aller Zeiten, wo man Waffen nur bekommen hat, indem man Glück hatte im Prinzip. Und so einzelne Tarnungen und sowas hat man dann immer erhalten, indem man zum Beispiel Community Challenge erfüllt hat oder ähnliches. Jetzt ist das Gott sei Dank in Black Ops 4 zumindest so weit schon mal gekommen, dass wir die Möglichkeit bekommen, ab Ende November ist das Ganze, Aufträge freizuschalten. Solche Aufträge, wie wir sie hier zum Beispiel hatten, absoluter Sieg, das war am Anfang glaube ich, wenn man 75 Spiele gewinnt, kann man eine Waffenbestechung bekommen, das heißt eine garantierte Nah- oder Fernkampfwaffe und dazu 10 seltene Vorratslieferungen. Dann gab es irgendwann diese Dreier, das waren glaube ich die geilsten Sachen, die es gab, finde ich. 100 Siege, egal in welchem Spiel, die Leute haben gegrindet, wie wahnsinnig. Und dazu gab es dann eine Nahkampfwaffe, eine Fernkampfwaffe und 10, 20, 30 Packs noch zu öffnen. Und davon gab es, ihr seht das, ich habe hier 3, 5, 7, davon gab es 8. Ich glaube, es gab immer einen, den man so freischalten konnte, da hatte man so eine Woche Zeit, den freizuschalten und dann unbegrenzt Zeit, den zu spielen. Und einen zusätzlich konnte man immer kaufen. Und sowas in der Art, ich blende das gleich mal ein, kommt jetzt auch in Black Ops 4 demnächst. Das heißt, wir werden solche Aufgaben hier haben. Eine tägliche Aufgabe, zum Beispiel erreichen Sie 125 Abschüsse, dafür gibt es dann so 1000 XP und eine Waffenkiste. Natürlich keine Waffenkiste, wie es sie hier gab, diese großen, sondern eine normale Kiste zum Öffnen. Dann gibt es wöchentliche Aufgaben, die waren immer etwas anspruchsvoll. Das hat einfach nur 1-2 Stunden länger gedauert, aber jeder konnte das irgendwie erfüllen. Und genau solche Sachen wird es jetzt Gott sei Dank in Black Ops 4 auch endlich geben. Und dazu wurde noch einiges. Wenn wir diese ganzen Verträge und Contracts oder Tagesherausforderungen oder Wochenherausforderungen schon Ewigkeiten gewartet haben, dann finde ich es absolut in Ordnung, dass wir endlich soweit sind, dass wir sie jetzt bekommen, dass wir sie kostenfrei freischalten können. Das ist aber wieder etwas, was ich euch nicht garantieren kann. Ich weiß leider nicht, ob wir die Verträge und diese Tagesherausforderungen jeden Tag und jede Woche aufs Neue bekommen, ohne dass wir was dafür zahlen müssen. Oder ob Activision wieder einen Weg findet, dass wir da irgendwie COD-Points für ausgeben müssen. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt aktuell nicht vorstellen. So meine Freunde, weil ihr die letzten Tage echt fleißig wart und eure PSN-Karten tatsächlich wirklich zum Großteil jetzt mittlerweile über meine Partnerseite ineva.com runtergeladen bzw. gekauft habt, haben wir etwas Schönes für euch. Und zwar verschenken wir 3x 5 Euro Geschenkkarten, die werden euch um die Ohren gescheppert. Haha. Ihr braucht dafür nichts weiter tun, ihr braucht auch nichts kaufen. Das ist einfach nur ein kleines Dankeschön von uns. Ihr habt hier ein paar verschiedene Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Irgendwann Discord join, ihr könnt mir bei Instagram folgen, ihr könnt Ineva Games bei Instagram folgen, wie ihr das möchtet. Das ist alles kostenfrei, nichts davon kostet euch einen Cent. Insgesamt, wenn ihr alle 10 Schritte macht, kostet das glaube ich so 2,5 Minuten vielleicht. Und ihr bekommt für jeden einzelnen Schritt 10 Lose sozusagen. Und jedes Los kann eine der 5 Karten gewinnen. Und das Image, was ihr gesehen habt, ist von einem der Entwickler von Treyarch. Das wurde so ein bisschen bei Twitter einmal angezeigt, wie die ganzen Verträge später aussehen sollen. Das heißt, es hat jetzt noch keiner von den normalen Spielern irgendwie als Vorupdate oder sonstiges. Und diese Verträge werden zum Ende Juni, das heißt zum Ende der aktuellen Season Specter Rising Days of Summer rauskommen. Für alle Spieler auf Playstation 4 wie immer zuerst und am Anschluss dann für Xbox und nach der Xbox dann eben am gleichen Tag für den PC noch. PC gehe ich jetzt nicht groß drauf ein, weil Xbox Playstation 4 ist eh dasselbe und PC gibt es so wenig Spieler. Es tut mir leid für euch, aber bei euch ist das etwas anders. Diese Verträge werden uns auf jeden Fall die Chance geben, weitere Kisten zu erspielen. Und sie haben dann bei Twitter in diesem Post noch gesagt, ja Community, wir haben euch laut und deutlich gehört. Das heißt auch darüber beschweren und klar machen bei Activision und bei Treyarch, so wie es aktuell läuft, funktioniert es nicht. Wir brauchen Möglichkeiten, die Waffen freizuschalten und und und. Hat anscheinend zumindest schon mal dazu irgendwas beigetragen, dass wir jetzt in die richtige Richtung gehen. Ihr werdet Möglichkeiten haben, die Waffen, die wir jetzt als DLC-Waffen haben, die Peacekeeper, die Logos, das Ballistikmesser, all diese Sachen, um sonst freizuschalten, ohne Kisten aufzumachen zu müssen, ohne Geld ausgeben zu müssen. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass es jetzt jeden Monat eine Community Challenge geben soll, genauso wie jeden Monat eine neue Waffenkiste, die man entweder so wie in Black Ops 3, wie ich es vorhin gezeigt habe, eh umsonst bekommt oder die man umsonst bekommt und zusätzlich noch kaufen kann im Anschluss. Das heißt, dass wir so pro Monat eine Waffe auf jeden Fall unabhängig von unserem Glück beim Ziehen für uns bekommen können. Finde ich angenehm, finde ich in Ordnung, wird aber auch absolut Zeit, denn ich finde 6 DLC-Waffen, wovon man am liebsten natürlich alle gerne hätte, weil man gerne mit allen spielen möchte, sollten auch für jeden verfügbar sein, indem man irgendwas macht, was dem Spiel tut tut. Aktuell sind wir ja alle dabei, zusammen die Graph freizuschalten. Da habt ihr ja gesehen, die Anforderung war, innerhalb von 30 Tagen 15 Millionen Matches. Eine kleine Anekdote dazu, die vielleicht einige von euch zum Schmunzeln bringt, was die Spielerzahlen hier bei Black Ops 4 angeht. Es gab vor 2 Jahren, war das glaube ich, oder vor 1 Jahr, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, ein Triple Bundle, ne, eine Herausforderung bei Black Ops 3, da ging es darum, dass man diese eine Into the Void-Tarnung, oder wie sie hieß, freischalten konnte, irgendeine andere, ich weiß nicht, welche es war. Dazu sollte man, ich glaube, 20 Millionen Matches in 20 Tagen spielen. Diese 20 Millionen Matches waren nach 6 oder 7 Tagen bereits fertig und gezählt haben Playstation und Xbox zusammen. Jetzt haben wir nur 15 Millionen und sind schon bei der Hälfte angelangt und machen pro Tag nur ca. 5% von den 15 Millionen Matches. Wenn ihr das überlegt, das sind knapp 700.000 Matches pro Tag, vielleicht ein paar mehr, je nachdem, ob es genau auf einen Mini-Prozentsatz angeht. Das, Leute, ist mehr als enttäuschend, mehr als traurig und keinem, außer den Verantwortlichen bei Activision und Treyarch, kann man dafür die Schuld in die Schuhe schieben. Aus dem einfachen Grund, dass wir in den letzten Monaten auch wirklich wenig Grund dazu bekommen haben, mehr in dieses Spiel zu investieren an Zeit, als irgendwie notwendig, um das zu bekommen, was wir haben wollen. Vielleicht geht es jetzt in die richtige Richtung, die Verträge werden für jeden frei verfügbar sein am Anfang. Das wird die erste Horde sein und danach die Wochen, wie ich eben schon gesagt habe, müssen wir abwarten, ob wir da immer noch das richtige Zeugs bekommen oder nicht. Wenn ihr jetzt aktuell, das ist ein guter Tipp, kurz vor Level 25 seid und eure Waffenkiste noch nicht geöffnet habt, kann ich euch nur empfehlen, macht es clever, macht es intelligent und behaltet sie erstmal, auch wenn es schwierig ist, weil ihr unbedingt eine neue Waffe haben wollt. Behaltet es erstmal noch die 14 Tage, bis die neue Operation mit dem neuen Update und den neuen Waffenkisten kommt und die neuen Tagesherausforderungen, weil ihr doppelte Chance habt, mit eventuell mit der Waffenkiste von jetzt noch mehr rauszubekommen als aktuell. Das hat einen einfachen Grund. Ich kann mir vorstellen, dass mit dem neuen Spezialisten, ich vermute es wird der Reaper, da gibt es kein Leak zu, aber es macht einfach Sinn jetzt, dass der Reaper demnächst reinkommt. Und ich vermute ganz, ganz stark, dass es so ausgehen wird, dass wir wieder ein oder zwei neue Waffen in der neuen Operation bekommen und mit den Herausforderungen, den Tages- und Wochenherausforderungen, relativ zügig die Option bekommen, eine Waffe, eine weitere Waffe freizuschalten. Wenn ihr so lange wartet, habt ihr wahrscheinlich auch das Glück, dass ihr mit der anderen Operation eine Waffe freischalten könnt und mit dem Grind, den ihr bis dahin habt, habt ihr natürlich auch noch ein paar Waffenkisten. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann eventuell aus den normalen Waffenkisten noch eine DLC-Waffe ziehen, also eine von den 6-9, und könnt dann eure Waffenkiste, die ihr jetzt bei Level 25 bekommt, auch noch nutzen. Das ist nur ein Tipp, das kann klappen. Im schlechtesten Fall habt ihr zwei Wochen gewartet, bis ihr eure neue Waffe habt. Im besten Fall zieht ihr noch ein oder zwei Schrott-DLC-Waffen, die ihr vielleicht gar nicht so unbedingt haben wollt, und habt dann mit eurem Waffenbündel bei Level 25 zumindest eine garantierte Waffe. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung für das Spiel. Es wurde auch angekündigt, dass man noch viel, viel mehr jetzt dazu hinzufügen möchte. Man möchte viel mehr Optionen einbauen, dass wir als Spieler neue Waffen, neue Kisten und Gaming-Rewards, also im Prinzip Belohnung, für das Zocken freischalten können. Ihr habt ja gesehen im Screenshot, es sind die drei Aufgaben, zum Beispiel, absolviert drei Runden Herrschaft, absolviert, was war das andere, ich glaube 40 Kills oder IKAs mit einer Pistol, und dazu war da noch eine Aufgabe, zum Beispiel war das in dem Fall. Du musst mit einer Fraconate, also einer Splittergranate, zwei Kills gleichzeitig machen. Das muss man ganz ehrlich sagen, sind Aufgaben, die sind machbar, da kann man ein bisschen Spaß dran haben, und ich glaube, es geht langsam in die richtige Richtung. Leider Gottes relativ spät und für meinen Geschmack zu spät, aus dem einfachen Grund, dass wir mit dem Lime-Cycle schon fast durch sind, denn MB wird Black Ops 4, so wie es bisher aussieht, höchstwahrscheinlich um Längen schlagen. Die nächsten Tage bin ich schon dran, gibt es für euch neue Modern Warfare Infos, da haben wir heute auch ein bisschen was Neues bekommen, das wollte ich euch nur gerne einmal so schon mal beibringen. Dann haben wir noch eine kleine Sache, wer bis jetzt dran geblieben ist, wird belohnt für das Ganze, und zwar, ihr kennt ja mit Sicherheit alle die Companion App, und die Companion Call of Duty App hat Wochenherausforderungen und Tagesherausforderungen für Blackout, Zombies und Multiplayer. Wenn ihr diese Herausforderung über die App aktiviert und abschließt, bekommt ihr im Game den Loot als Dankeschön für das Schaffen der Herausforderung. Eine Herausforderung ist zum Beispiel Stufe 1, gewinne 1000 Matches. Da ist es egal, ob das Multiplayer ist, ob das Blackout ist, ob das Zombies ist, und dann gibt es da verschiedene Stufen. Für jede Stufe kriegt ihr Vorratskisten, Waffenbündel, Tarnungen, COD-Points, alles Mögliche. Ihr solltet unbedingt mal in die COD-App gucken, wenn sie bei euch nicht gerade abstürzt. Bei mir passiert das leider sehr, sehr häufig, im Prinzip alle 10 Sekunden. Wenn ihr nämlich ein bisschen Glück habt, könnt ihr da ein paar Herausforderungen freischalten, auf eurem Handy, auf der App, die euch dann irgendwie irgendwas Gutes im Game zukommen lassen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Ich bin raus. Haut rein. Ich bin raus.